Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute spielen wir wieder eine neue Runde Minecraft. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt los. Wir waren hier vorne bei unserem Hochhaus... bei unserer Hochhaus-Farm stehen geblieben. Wir haben ja soweit hier das alles so eingerichtet. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich unsere Euro-Farm macht. Toll, das ist uns die Erde ausgegangen, ähm, ja, mal gucken mal, müssen eh mal unser Haus und paar neue Materialien an den Mann schaffen. Erde haben wir aber so weit mit dem, denke ich mal. Da sollte dies ausreichen. Mööö. Dann wäre ich in aller Jahren in den Eimer. Fragt euch jetzt nicht, warum ich hier so manchmal ab und zu so am Feier bin. Ich habe gerade eben zwei Stunden CSGO gespielt und dann habe ich ungefähr genau das gemacht. So. Das können wir ja gleich erstmal bewässern. So wird das ganze Wasser auch nicht abfließen. Mit dieser Metode. Ich weiß nicht, warum ich das mache. T. G-dotsch. Die sind hier vorne. Ich würde sagen, wir machen hier so weiter hoch. Und hier so Zäune rein. Echt so gut. Das war schon noch ein bisschen mehr holzli, holzli, holzli. Okay. Okay. Nein! Ja, warum? Das ist eigentlich immer derselbe Klammerattatsch, wie eben unten. Jetzt hast du was zu Treppen ausgegangen. Okay. So. So. Jetzt sind die Zäune leer. Wir müssen hier die Eichenholz ziehen. Mit braunen Eichenholz Bretter. So. 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 Ähm. Dann das dann. So. 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 Die Routine bekomme ich ja auch schon so langsam zu stellen, wie man das sieht. Lagen zu bezweifeln, dass der Bruchstein hier drüben ausreicht für das Haus. Hier müssen wir die Lachen sammeln. Mal ein bisschen die Halsstimme ausgenommen. Hier, da wird sich immer wieder weiter. Next. So, Petronien schon an so einen. Petronien pflanzen. Hopp, dann ruck, dann ruck. Jetzt möchte ich grad schon mal wieder reingehen. Ich hab ja noch kein Holz. Müssen wir erstmal hier reingehen. Ich hab ja noch nie reingehen. Ich hab ja schon. Pflanze. Ich hab ja noch nie reingehen. Ich hab ja noch. Ich habe nie. Hier die Bomben müssten eh einen Schreck. Ah, der auf dem hat ich gerade viel Lust. Hey! Perfekt. So schnell waren auch schon wieder 20 Stufen weg. Jetzt haben wir noch wieder 20 Stufen. Hier sehen wir die Zahne aus. Hier sind die Ratzi-Fatzi. Hier sehen wir die Zahne aus. Hier sehen wir die Zahne aus. Hier sehen wir die Zahne aus. Okay. 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 Hier sehen wir die Zahne aus. 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 Dann sieht man jetzt natürlich nicht. Aber in der Nacht. Sieht auch ganz okay aus. Hier sehen wir die Zahne aus. So. Nächste Ebene. Mittlerweile müssen wir aufpassen. Wir haben Runtersprung. 2, 2, 6, 7, 9. Danach müssen wir null Stripmine. Schnauze. Danach müssen wir null über das Stripmine gehen. Dann sehen wir bei ihr mit der Zahne aus. Und dann schicken wir jetzt nicht mehr. Mh. Und die Nix mehr. Nein! Oder bei der Zahn. Das ist ein Zahn. Autsch, äh, wie kann man es denn machen? Hier, Aube. Kann noch Alarm füllen lassen. Ja, ist gut. So. Was freit mir eigentlich... Ach so, gerade. Ups. Lass mich hier in den Rahmen bauen. Nein! Wie so? Ach, Quatsch. Da ist schon eine mehr. Ja, ich sehe. Jetzt aber immer wieder wichtig zu sehen. Okay. ... Möge den Menschen auf. Hat sie mich nuk papiert gerade noch? Ja gut. Ich muss erstmal hier einen Rahmen umbauen. Ich muss erstmal hier einen Rahmen umbauen. Ich muss erstmal hier einen Rahmen umbauen. Ich muss hier einfach ganz weg lernen. Ich muss hier einfach ganz weg lernen. Ich muss hier einen Rahmen umbauen. Ein Block ist hier durchgeblieben. Ich muss hier eine gefüllte Machsarbeit. Ich muss hier einstellen. Ich muss hier einstellen. So kann man rumgehen. Schaff es. Ich muss hier einstellen. Nochmal. Der Moment, wenn man was vergisst. Ich muss hier einstellen. 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 kann. Ohne, dass es mich spürt. Das ist so anschlusslos. So, ein bisschen trocken legen hier. Jetzt haben wir ein bisschen meinen. Das wird meinen. Somit kommen wir in 2. St. Klassik. Ach nee, jetzt habe ich keine Fackeln mit. Eieieiei. Das sind keine Kohle und keine Stöcke. Stärke, könnte ich das schnell organisieren hier. Das sind aber auch nur 8. Wir müssen schnell mal nach Hause. Um uns schon mal Fackeln zu machen. Also, wir müssen noch ein paar Mal machen. Eisertöne hier, die ganze Scheiße. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen rein. Perfekt. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen rein. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen rein. Schön, schauen wir direkt ein bisschen Eisen an. Noch mal Eisen. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen rein. Ich muss nach den Koordinaten gucken. Aber wir weiter minen werden. Jetzt sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss doch schnell Thumbnaid. Wenn ich aus meinem Videoprogramm so alles ein Frame nehme, deshalb braucht man nicht zu viel MB. So kann ich das auf YouTube machen. Ihr wisst nicht wie viele Thumbnaids ich schon gemacht habe. Man konnte sie nicht verwenden, weil sie zu groß waren. Also größer als 2 MB. So. Okay. Aber wie es weiter geht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Minecraft. Und ja, ich würde sagen, das war es in der nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne Daumen nach oben freuen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne Daumen nach oben freuen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne da.